Der anhaltende Trend der Urbanisierung zieht immer mehr Menschen in die Metropolen dieser Welt. Der verfügbare Raum wird dadurch zunehmend knapper. Eine effektive und nachhaltige Nutzung von innerstädtischen Flächen ist darum notwendiger denn je. Wir von MQ Real Estate haben erkannt, dass sich in fast jeder Großstadt zahlreiche Parkhäuser befinden, deren oberste Parkdecks kaum oder gar nicht genutzt werden. Wir schöpfen diese Flächen optimal aus und schaffen neuen, einzigartigen Raum. Wir fangen dort an zu bauen, wo andere aufhören. Unser Skypark Hotelkonzept der modularen Nachverdichtung spiegelt den urbanen Zeitgeist wieder und fördert eine nachhaltige, zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Wir gehen neue, eigene Wege. Wir sind MQ Real Estate. Die Idee zum Skypark Hotelkonzept ist bei einem Mittagessen entstanden. Als Björn und ich uns Ende 2013 getroffen haben, da hatten wir schon gebrainstormt über mobile Hotels. Und als wir Anfang 2014 uns dann oben im KDW zum Mittagessen verabredet hatten und zusammen aus dem Fenster schauten, dann eine leere Parkdeckfläche gesehen haben, kamen uns beiden die Idee und sagten, das ist perfekt. Warum bauen wir diese mobilen Hotels nicht auf Parkdeckflächen? Wir haben da Flächen in zentralen Lagen, die nicht genutzt werden. Das ist einfach genau das, was wir die ganze Zeit gesucht haben. Und so haben wir uns seit Anfang 2014 daran gearbeitet, das Konzept immer weiter zu verfeinern. Und natürlich braucht man finanzielle Ressourcen, um das zu tun und die richtigen Leute an Bord. Sodass wir Mitte 2014 die Firma MQ Real Estate gegründet haben, um ein tolles Team aufzubauen, um an dem Konzept zu feilen, um die Herausforderungen zu meistern, die natürlich vor einem stehen, wenn man so einen kompletten neuen Weg geht. Jetzt ging es an die Arbeit, die Idee war da und jetzt mussten wir sie umsetzen. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Nikolai und mir schon zu Beginn an klar war, dass wir eine Reihe von Herausforderungen zu bewältigen haben. Natürlich vor allem rechtlicher Natur, baurechtlicher Natur, technischer Natur. Und dass wir eine Reihe von speziellen Lösungen auch für unseren speziellen Ansatz brauchen. So hatten wir dann relativ schnell den Modulbau als Technologie gewählt und wir wussten, dass wir mit Modulbau eine serielle Vorfertigung hinbekommen, eine Standardisierung hinbekommen und eine Qualität, die wir sonst mit konventionellen Mitteln nicht erreichen können. Das Konzept, das MQ hier auf die Beine gestellt hat, ist was ganz Besonderes. Es nutzt etwas aus, das schon lange vorhanden war, das viele noch nicht erkannt haben und das eine gute Bereicherung ist für eine Stadt und für alle, die es nutzen. Als die Idee zum Skypark Hotel Konzept entstanden war, war uns bewusst, dass vor uns ein langer und steiniger Weg liegen würde. Selbstverständlich wird man mit Skepsis beäugt, auch wenn es so einfach klingt, Hotels auf Parkhäuser zu bauen. Es ist zunächst eine theoretisch sehr gute Idee, aber Sie sagen, es ist nur eine theoretische Idee, praktisch im Prinzip nicht umsetzbar. Da liegen einfach viel zu viele Probleme vor einem, Probleme, die nicht lösbar sind. Damit wurden wir sehr häufig konfrontiert, haben uns davon aber nicht beirren lassen. Neue Wege zu gehen bedeutet immer, dass man auch neue Lösungen finden muss. Heute können wir zeigen, dass es sich gelohnt hat, dran zu bleiben, dass es sich gelohnt hat, eben nicht auf die Skeptiker zu hören, dass es sich gelohnt hat, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten, die einem geholfen haben, eben genau das umzusetzen, was wir jetzt alle gemeinsam geschafft haben, im Team, mit unseren Investoren, mit unseren Partnern zusammen. Noch nie zuvor wurde ein Hotelzimmermodul vom Haken gelassen und auf ein Parkdeck gehoben. Noch nie zuvor wurde so eindrücklich gezeigt, dass der scheinbare Widerspruch zwischen einem hochwertigen Hotel und einem Parkhaus gar kein Widerspruch sein muss. Der Bedarf steigt nach Flächen, das macht kreativ und es ist toll, hier dieses eigentlich teilweise ungenutzte Parkdeck zu entdecken und auf die Idee zu kommen, hier ein Hotel zu errichten. Das ist geradezu eine geniale Idee, die Sie da hatten. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben heute schon Geschichte geschrieben, weil bisher gab es nur ein Bett im Kornfeld, jetzt gibt es auch ein Bett auf dem Parkdeck. Also mein Glückwunsch für Sie, das ist was ganz Großes, was wir hier geschafft haben. Und es ist auch genau das Richtige. Es ist das Richtige und es ist die richtige Antwort auf die wachsende Stadt Berlin. Es ist die richtige Antwort für das nächste Berlin, weil sie ist verdammt innovativ. Und darum geht es in einer wachsenden Stadt wie Berlin, in einer Stadt, die jedes Jahr um 50.000 Berlinerinnen und Berliner reicher wird. Und das, was wir mitnehmen können von dem Ansatz und der Innovation, die Sie hier auf den Weg gebracht haben, dass es immer am Anfang auch den Mut braucht, Dinge voranzutragen. Es ist nur ein kleines Zimmer, aber es ist der Beginn von etwas Großem. Wir wollen nächstes Jahr mit den ersten konkreten Projekten starten und werden diese auch bauen. Vielen Dank. Musik Musik